Hallo zusammen, es geht weiter mit Fortnite. Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Elfte Woche Fortnite Chapter 2 Season 7. Vase 4 von 6 legen mehrere Aufträge und wir müssen eine Blumenvase in Lazy Lake einsammeln. Ich bin gespannt, wo ich die finde. Wenn die Markierung hier passt, dann wird das wahrscheinlich hier im Main House sein. Ja, dann werde ich da wohl mal hintieben. So, ich habe jetzt zwei Aufgaben. Unter anderem in Lazy Lake. Ich muss ja einmal diese Blumenvase finden. Für Dr. Sloan, das kann ich noch machen. Eventuell werde ich da ja schon fündig mit dieser Vase. Ich nehme mal an, dass diese Vasen irgendwo in Häusern stehen und nicht so im Freien. Da könnte sich ja so eine Villa anbieten, dass die Vase da irgendwo am Tisch steht. Da sehe ich schon was von oben. Ah, ins Haus reingucken kann ich ja logischerweise noch nicht. Doch, da leuchtet was? Habe ich was noch? Oder? Ah, nee, das ist nur die... Doch, da leuchtet was? Aha. Hallo Vase, ich komme. So, perfekt. Das war die Vase Lazy. Dank fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.